Guten Morgen allerseits und Willkommen zu einer neuen Folge von LS15. Ja, wir wollten hier noch ein bisschen Stroh einfahren. Ja, ich glaub das Feld ist fertig. Mit Stroh, ja. Oder ne. Aber fast. Also auf meiner privaten Welt bin ich ein bisschen weiter da rum. Weiß ich nicht, was ich hier mache und so weiter. Ist da Bescheid. Bauer wird schon. Timer an. So. Erstmal den hier wieder auslernen. Aber wir müssen uns weinen, ne. Ein bisschen. Haben wir schon die... Erstmal Maschine. Ne, ne. Ich glaub das sparen wir gerade drauf. Ich könnte gleich noch gucken. Anstatt hier dumm rumzufragen. Aber das, das Geile ist ja, ich muss nicht mehr lange, wie so wir. Oder ihr müsst nicht mehr dieses Scheiß Glänge ertragen, weil ich morgen mal einen neuen Recher bestellen werde. Und da werde ich erst mal ein paar Jahre Ruhe haben. Hoffentlich. Ich glaub schon. Daher muss ich dann auch ein bisschen vorproduzieren. Obwohl, ich hab ja noch meinen Laptop. Da könnte ich Zündung dann auch noch ein paar Folgen aufnehmen, wenn auch nicht alles so reibungslos funktioniert. Aber wirkt schon. Wird das hier ein Kartoffelfeld? Ich glaube schon. Ach ne, das da oben wird ja ein Kartoffelfeld. Das da. Feld 33 haben wir auch noch. Wo steht denn eigentlich die Sägemaschine? Ja, die Sägemaschine gerade. Aber man könnte ja schon mal... Gibt es zwei davon? Äh... Tatsächlich. Ich hab den Klang... Och egal. Das ist egal... ... 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